Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Heute spiele ich mit drei Zuschauern in Fortnite, der diejenige, der am Ende am meisten Kills hat, gewinnt einen Nerf Blaster. So sieht unser Team aus. Viel Spaß bei dem Video. Und wie sieht's bei dir aus, Naron? Ja, also, ich hab einfach keinen Skin. Und wenn ich dann in irgendein Lob reingehe, dann kommen irgendwelche Leute an und sagen, no skin. Okay. Fand ich auf jeden Fall erstmal geil. Also du wirst halt gemobbt. Nee. Aber du hast keine Freunde, sagst du? Doch, hab ich. Okay. Eine Sache fahre ich in die am meisten Revie. Was denn? Du gehst auch immer Pleasant Park. Digga, Pleasant ist life. Also ihr müsst nicht dahin gehen. Ihr könnt doch, wenn ihr wollt, Solo landen. So ist es nicht, ne? Ja, ich weiß. Aber ich lande da eher jede Runde, wenn ich das spiele. Pleasant Park ist einfach Liebe. Okay, Abigail, das ist dreist. Das ist das Haus, wo ich immer lande. Aber ich gönne dir. Ich gönne dir. Ist okay. Und was ist eure Lieblings-Fortnite-Waffe? Äh, die Park, alte. Und... Ja, die alte. Und wie findet ihr Trimax? Gut, aber... Kacke. Okay, gut. Braucht ihr Hilfe? Also ich vielleicht. Oh, Digga, ich muss Hilfe. Oh, er ist so low. Digga, der ist Full-Shield. Oh mein Gott, was ist hier los? Man, Digga, what the fuck, Digga. Er pusht mich mit 200 Leben und Shotgun. Oh no. Oh, okay. Ähm, Genie, also, in theory, könntest du die Runde jetzt komplett durchcarry'n, Digga? Ja. Ähm. Aber wenn du diese Ehre hast und unterlaufhebst, wäre es ja nett. Abby, atmen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, beste Spielerin. Da vorne, da vorne, geradeaus. Die Ice holst du noch meine Karte? Da, Baby, let's go. Okay, park das Auto hier, dann fährst du weg nachdem mit meiner Karte. Okay, ich lege oben am Dach. Okay, alles klar. Okay, nein, ist okay. Ist, ey, alles gut. Aber so kannst du besser die Kills, ähm... Ja, mhm, alles klar. Schade einfach, schade. So eine Rettungsaktion hatte ich auch noch nicht. Kann ich einen F haben, Chat? Kann es sein, dass wir PC-Spieler nur hier drin haben? Absolut. Spielst du auf Playstation? Ja. Ja, ich spiel auf Playstation. Ich bin eigentlich Cringe. Playstation 5, bist du so rich und konnte dir das leisten? Komm, die kommen, die kommen. Hast du eine PS5, Abigail? Nee. Ah, für einen Verdiener. Bro, Bro, Bro. Tosig. Das ist ein Bot. Ist der da von ernst? Ja, ist das. Ach, ein Herz. Oh, wie süß. Was? Ah, der will Team. Was? Nee, 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 das geht leider nicht. Gehehl. Gehehl und schießt ihm in den Kopf. Wenn der jetzt Team will, erst mal melden. Ich lasse ihn, ich lasse ihn. Nein, darfst du nicht. Du musst ihn umbringen. Aber dann ist das ein geschenkter Kill. Ist doch gut für dich. Hä, willst du gewinnen? Was ist damit? Warum seid ihr alle? Warum hast du da einen Kill? What the f? Warum bist du so korrekt? Oh mein Gott, ich dachte. Oh, halt. Warum werde ich immer angeknallt? Warum? Hier ist auch noch einer. Bitte. Laron, hast du wirklich keinen einzigen Skin? Ich bin viel zu nett. Nee. Äh, nee, war mir ist ein Kick. Oh mein Gott, ich stechste noch. Boah, ich bin ja schon wieder größter Schwitzler hier. Komm, Naron, rette sie. Richte doch. Ja, ich rette ihn. Let's go. Dann habe ich am Ende zwei Vibes. Zwei Vibes? Hast du aber die Märzler von Braun als Vibes gebildet? Ja. Bro, not like this. Not like this. Oh. Ja, mein Deutsch, mein Deutsch. Oh, Digger. Na, der ist oben. Ich steche auch den. Ich steche ihn. Ich steche ihn. So aggressiv. Oh, hinter dir. Hinter dir? Kannst du mir vielleicht helfen, Heavy? Wo bist du? Ich bin unten. Nein, ich habe keine Menschen. Hey, no skill love story. Wie schön. Oh nein, Laron. Also das so. Oh nein, ich habe den schon leider. Der Arme, Alter. Der Arme. Wir gönnt nie jemand was. Der Arme. Oh, Moni, ich bin Moni. Ein Shotgun, der muss sitzen. Okay, ja. Der muss sagen. Oh, der war ein ... Ich bin halt eingespielt. Ich habe erst eine Runde vorher gespielt. Das war extrem gut gespielt, Mann. Wirklich. Also das kann man nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir gehen nach die nächste Runde. Jenny, du hattest wie viele Kills? Vier, ne? Vier, ja. Drei oder vier. Also ich habe die sieben. Actually strong. Ah, insgesamt. Warte mal. Fünf hatten wir insgesamt. Dann müssten es vier gewesen sein. Du hattest gar keinen Kill, Bro. Ach, schon. Den hast du dir komplett reingespielt. Ja, warum? Wenn die alle auch nicht gönnt. Was kann ich dafür? Wenn die alle nicht gönnt. Ist halt einfach so. Der Typ ist so ein Ehrenmann. Chad, feiert ihr den Nosekin? Ja. Ich feier den auch. Ja, alle sind einfach Ehren. Wie alt bist du, Abigail? Ich bin elf. Okay, das ist viel zu jung. Lass die Finger davon nach uns. Lass das. Ist Fortnite nicht ab 18 oder so? Ab zwölf. Ich werde aber am 15. April werde ich zwölf. Das macht es nicht besser für den Bro. Ich warte einfach noch ein paar Jahre. Er spart sich auf, der Ehrenmann, Digga. Leute, jetzt Abstimmung in den Chat. Ob Revi mir ein Gaming-PC gönnt? Bro, auf keinen Fall bist du... Ob Revi mir gönnt. Digga, nein. Ja, genau, wir sagen hier Revi aus. Ja, das ist cool. Revi ist doch reich, also. Digga, wer ist der? Ist so. Wer ist der? Wer ist der? Bro, du wolltest gerade eine Elfjährige daten. Komm mal runter. Als ob ich dir darauf erst mal ein Gaming-PC gönne, du krankes Schwein. Als ob ich dir... Hä? Digga, ich hab das nicht erwähnt. Ich hab das nicht erwähnt und ich sterbe jetzt einfach wieder. Ich liebe das Game. Ich liebe das Game. Ich brauche eine Bach. Lade, du bist dead. Ich weiß nicht, ob ich euch diesmal retten kann, ne? Ich versuche das Spiel. Ich versuche mich jetzt anzustrehen. Ah, Gegner! Oh mein Gott. Sag, Erwin, er hat sich... Der wollte mich viel gegen. Hallo, Junge, hör mal auf, mein Stream-Saubertaken. Wer bist du? Ich bin der, der in eine Stream-Shop. Ey, Junge, jeder will mit mir Team, Digga. Ja, weil, ähm, wegen Stream-CD-Lights mit Mitch. Genau, ich bin so dein Sohn. Bro, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich einen Sohn hätte, dass ich mit deiner Mama auf jeden Fall nichts gehabt habe. Ich bin hinter einem Müllarmar. Kann mir jemand helfen, gleich? Hallo? Helfen! Oh. Also, ich bin zwar richtig okay am meisten. Ich bin gar nicht für den Berater. Oh, der hat eine Gondisgab. Ey! Juhu, what the fuck? Bro, wer bist du? Kommentator! Der kleine Hund, Digga. Revi, meine Karte vielleicht. Revi, hinter dir. Wo? Hinter dir. Bro, du bist eh ständig dead, als ob ich dich aufhebe. Richtig Ehre. Okay. Äh, Revi ist dead, ganz links. Komm mal her, komm mal her zu mir, Genie. Brauchst du Money? Ich hab aber kein Heal. Hier ist nur einer drin, ich will jetzt nicht pushen. Digga. Ja, ich hol dich. Ich hol dich. Oder Revi. Ich hol's nicht. Ey, jetzt hab ich keinen Heal ab, Digga. Ich bin, ey. Ist der schon abgelaufen, Lippus? Ja, müsste. Nee, nee, nee. Warte noch. Hat noch genug Saft. Digga. Digga, ich sag was, du nimmst es direkt irgendwie komplett. Ach, der. Einfach keinen Kommentar. Schütze auf SO. Da ist jemand. Krieg ich ja. Oh, ich war grad anstaubt. Oh mein Gott. Revi, gönnst du mir nichts? Das ist ein Ehrenloser. Was ist ein Ehrenloser? Hoppala. Danke dir, Revi. Danke dir, einfach. Meine, meine, meine. Finger weg! Finger weg! Nein. Ey, meine, ich kann nie was ab Sturmspinnen. Ich kann nicht schießen. Revi sieben Kills. Der klaut uns alle Kills. Digga, jetzt spiel ich hier mit. Ich bin der Freister. Ja, du willst lieber Flaben. Ja, da schau, wir ziehen durch. Komm rein, let's go. Komm rein. Kommt man hier nicht hoch? Nee. Doch, doch. Aber... Was hat man davon? Nichts. Nur in der Opposition. Ich muss nicht feiern. Ich hab jetzt einen Kills schon. Bin ich nicht der Beste? Nee. Ja, so langsam sollten wir gegeneinander arbeiten, ne? Ja. Ich arbeite die ganze Zeit schon gegeneinander. Also verstehe ich nicht. Also ich stehe, äh, ich bin hier nicht auf eurer Seite so eher, ne? Ich bin trotzdem auf Gabys Seite. Ich bin aber nicht auf deiner Seite. Ich bin aber trotzdem auf deiner Seite. Lass es, ich bin nicht auf deiner Seite, Junge. Checkst du? Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig. Boah, Headshot. Kann hier irgendwo Gegner sein. Ich will jetzt auch mal. Ich will auch mal ein paar. Was soll das? Oh, ich hab Minis. Oh, was? Oh, shit. Was? Ich glaub, wir müssen wieder woran zum Turm. Ja. Ich hab zehn Kills gemacht, Digga. Ich hab drei. Digga, den hab ich nicht gehört. Nicht gehört, Bro. Deutsche Aimbot. Okay, Genie liegt gerade vorne mit den Kills. Ich hab doch keinen Aimbot-Chat. What the fuck? Keine Cringers zu behaupten. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Okay, dann nicht. Okay, was mach ich jetzt? Was? Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Also ich sag mal so. Tendenziell, Genie, hast du jetzt schon gewonnen, ne? Bestimmt. Ja, aber die Runde noch nicht. Die Runde noch nicht? Das stimmt. Aber eigentlich hast du schon gewonnen. Ja. Oh mein Gott, hast du grad nicht ernsthaft das Hund getötet? Doch. Das Auge braucht die Feder. Vegetarier, oder? Vegetarier? Vegetarier. Okay. Ich sag was und verstehst irgendwie immer Kunde falsch. Okay. Jenny, wie alt bist du nochmal? Äh, älter. Wie? Äh, alt. Pssst. Okay. Das muss weichen. Was, 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 was bist du hier so am Reim? Also du bist doch richtig am, am Kumenalter. Wetten sie es noch mal nögerig, Reni? Nein, bin ich nicht. Ich glaub ich auch nicht. Okay. 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 Digga, was für ein Ding. Ich war gar nicht mehr. So ein Drecksgame. Guck mal, wie er sich freut. Oh mein Gott, Alter. Cringe. Okay, Genie, du hast gewonnen. Genie, äh, ich schreib dich jetzt an. Ich brauch deine Adresse. Du kannst mir vertrauen, ja? Dankeschön, Revi. Du hast verloren. Ja, trotzdem. Genie, du bist im Chat. Genie, du bist im Chat. Ich kann dir nicht schreiben. Ich gewinner. Oh, warte, warte, warte. Gut. Äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genie, schreib mir deine Adresse. Ich muss in die nächste Runde. Dankeschön, macht's gut. Dann tschau tschau. Okay, viel Spaß, viel Erfolg. Tschau tschau. Tschüss. Tschau tschau. Tschau tschau tschau. Entschau tschau. Ich war schon Ham. Oh, 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 oh. Ohso. Puh.